Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Borderlands 2 mit Kreis und Dalukat und Mav Zockt ist auch dabei. Guten Tag. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hellas. Hellas zusammen. So wer liest die Quest vor? Gut. Ich hab eine. Ich hab deine. Wie hast... hab mich verlesen. Wie hat so ein durchgeknallter und verschlossener Asperger es nur geschafft in Sanctuary zu überleben? Ende. Ende. Müssen wir die Aufzeichnungen finden? Während ich mir die Haare raufe, wirst du diese Protokolle für mich finden. Guck mal, der hier. Ich glaub, der hat ein Problem, der Typ. Als hier die Stadt abgehoben ist, der steckt mit seinen Beinen in der Bank fest. Ah, verdammt, ey. Das ist eine richtig fiese Situation. Hey, tust mir richtig leid, Mann. Was geht ab? Ja, besser als dir, ey. Bei mir sieht er normal aus. Na, hallo. Ja. Tinglingling. So, warte, wenn wir für die Echos ja eh das Gebiet wechseln müssen, haben wir noch gleich auch eine Interessante. Uh, oh. Was wollen wir machen, ne? Story Quest, was? Ey, wir wollen special, special wollen wir machen. Dann müssen wir da hin, wo das alte Sanctuary ist. Gib uns deine Quest, Meister. Gehen zum alten Sanctuary. Ich weiß nicht, wo das war. Suchen wir dort seine Sandale? Kannst du mal daran erinnern, wo das war? Das alte Sanctuary? Weiß ich nicht. Unter uns. Bestimmt da. Wer zockt ist in einem Menü. Ja, ich bin da gerade am Suchen, aber ich bin schon wieder raus. Ah nein, einer hat die Reise initiiert. Ich wollte doch noch schnell in den Puff. Ah, ich war fast drin. Ah, hier schneit, ist das falsche Gebiet. Ja, das war aber nach einem Schneegebiet. Wir schauen auf die Karte. Nee, wir sind ja hier ganz am Anfang. Joioioi. Joioioi. Doch, das ist ja ganz am Anfang. Na, Quatsch, ey. Müssen wir die Augen schließen für drei Sekunden. Jetzt alle gehört, das stimmt. Aber three horns divide klingt gut. Das ist ja in der Nähe. Nach einem vertrauten Ort, also. Ja. Ja? Ja, ich kenn mich, ja das ist hier richtig. Ich hol jetzt die Karre. Er betont das richtig schon irgendwie so, als wäre er sich überhaupt nicht sicher. Auf jeden Fall hier. Ey, was ist los? Ach, da ist das Auto. Auf Platz setzen. So, jetzt mach ich auch gut Glück. Wollen wir tauschen? Woo! Bevor einer fragen konnte, ob wir schon da sind, sind wir schon da? Großartig. Hier war das? Yes. Also ich hab da einen sehr, sehr schlechten Orientierungssinn für sowas. Oh, das Loch von Sanctuary. Das klingt irgendwie nach Moxie, oder? Du, du, du Chauvinist. Ja. Schlingel. Immer macht der hier frauenfeindliche Witz. Ey, ist das nicht der Bus aus dem ersten Teil hier? Nein. Wie nein? Ist er nicht. Nein. Glotzt da nicht so. Ey, die wollen ja hier nicht Zeit verbringen. Nein! Das ist verfuckt. Wer ist verfuckt? Boah. Ich hoffe, du bist geimpft. Genau. Genau. Großartig. Großartig. Boah, ich werd voll die Klassen-Mod jetzt reinmachen. Die wird euch allen zugutekommen. Hier sind die. Wo seid ihr? Die Abklingzeit für die Skills sind um 11% reduziert bei all meinen mit und ohne Gliedern. Oh, was macht der für ein Krach? Was ist das? Epics. Ja, ich hab ein grünes Teil angesammelt. Wie liegt das? Schild. Schild-Booster. Ist ein Schild-Booster extra? Oh, ich bin... Mich hat's schon zerrissen. Die Waffe ist auch echt ätzend, die ich grad benutze. Ich find die Waffe, die ich jetzt grade hab, auch ein bisschen doof. uan lleva 10% seines Reichen. Mrs. Wie war das denn gut? Der Schild hat meine, das macht 10% dr convention. hinterher der arme safe sieht er sich gleich wieder den kopf ab was wäre denn hier für linia linia was macht ihr brenne oben ich glaube auch psychotown ziemlich merkwürdig positioniert nein wir hören nicht auf wir machen durch bis morgen früh und singen bums falle rar hier ist ein berittener psycho goliath erzählt sie wieder von dem klub der wurden heute bombe wie viel halten die denn aus warum liegen hier so schild booster rum was eine blöde waffe macht ja weil hier so viele gegner sind damit du dein eigenes schild wieder aufladen kannst ach so wir haben vergessen leute es wird hinter uns angezeigt ja aber davon ist noch ein gegner ich bin tot leute ich bin doch nicht tot ich bin kann mich einer hoch hat einer seil das ist praktisch und vollkommen das stand in der neuen vogue da die haben gesagt das ist gut das ist vollendet der neuen wohnen sirene sirenen tragen ihre haare kurz auf im und um den kopf herum vor allen dingen das wird doch nichts hier wo seid ihr denn ich bin hier in der ecke und bis außerhalb des bereichs maf ich möchte ja aber da hinten ist noch ein gegner ist er macht ihr mal hier mit der sniper platte hier gehen denn da hinten rennt noch einer und dicker irgendwo sagt wir haben ihn alle gesehen der ist schneller tot als wir gucken können da hinten da ist doch so ein pfeil wo der steht da rein gehen das kann doch nur fair sein aber hier muss doch irgendwas sein hier ist eine waffen kiste oh yeah raketenwerfer 2119 schaden das ist nicht so wahnsinnig viel wir haben allen ich bin runter gefallen ist glaube ich auch die richtige entscheidung gewesen was runterfallen ja dann müssen wir irgendwo hin dann kommt ich fühle mich sonst so allein ich bin auf der kiste drauf gelandet auf dem kreise abgebrochen kreis ist gefallen kreis ist abgebrochen kreisel abgebrochen was kreis abgebrochen kreis gespawnt gerade wie macht er das schon wieder hier special tactics caustic caverns klingt gut wisst ihr schon wo wir hinwollen ja ich weiß ich immer der nase lang oh hier sind pilze nom 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 waffenkiste ich brauch mal das ist keine waffenkiste das ist ein mülleimer hallo ist da eine waffe da holst du also deine waffen raus ja aber da ist sogar eine waffe drin gewesen ja natürlich mehrere gleich vier stück eridium oh die stelle kenne ich hier aus dem physik video was ach hier ja stimmt sehr lustig das ist die stelle aus dem wo geht es denn hier weiter in der physik video klar dass daluk hat da wieder nicht zugucken will ja physik wo geht es denn hier weiter oh die tür ist auf macht es gut hier ist eine echte physik eklige valkriden sklecker ehrlich die sind bestimmt irgendwie ansteckend die sklecker ja ich glaube auch dass am sklecken nicht sehr hygienisch ist naja kommt darauf an wo das skleck äh skleck vorher gesteckt hat vielleicht in so einem gummihandschuh oder so was ist hier mrs harcek heute hat ein bergarbeiter ein kristallgebilde bei den alien ruinen gefunden und auf einmal hat es sich äh bewegt die kreatur scheint absolut friedlich zu sein ich glaube sie hat noch nie zuvor einen menschen gesehen blu nicht hier spiel mit meinem hut wohin blu ja blu wir nennen ihn blu wegen der farbe seines ja wir haben noch ein paar von diesen kreaturen in der nähe der ruten er hat einen blauen hut ellenbogen ein blaues drittes bein ihre sorge um diese kreaturen wurde zwar zur kenntnis genommen aber die grabungsstelle bleibt wo sie ist die die corporation hat sanctuary ihr größtes bergbauschiff auf diesen gott verlassenen planeten entsandt um kristaller abzubauen sie haben welche gefunden ich habe mal irgendwo gelesen der nahkampf ist bei den viechern das beste aber da chillt immer total hier sitzt noch so ein schleimer schnau uah das brennt ja da unten voll der schleimer zack 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 sehr gut ich bin angeskegt das sind die viecher die sich verwandeln wenn sie irgendwie zu sehr angeschossen werden oh da kommt noch ein zweiter um die ecke der 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 party hart zack zack oh ein großer micro wieso bin ich so weit oben in luft wo bist du irgendetwas ist explodiert und ich bin voll weit nach oben geflogen das das schloss hat mich erwischt super badass pot der pot kann mich einfach aufheben es schwebt an wo bist du da hinten faul liegt da wieder im gebüsch rum ist noch geld in der lava in der säure was muss ich haben das nehme ich ja wohl mit vitalitäts artefakt das die gesundheit um 22 prozent steigert vitalität wenn du genau so eins machst mir schnirte vitalität auf dem vork vitalisierend das ist wieder so ein klotz vorsicht kristallisk instabil wir müssen nur noch sprechen mit russisch auskzent woher schlägt sie mit drei schlägen kaputt ey badass ey voll der typ voll der typ echter bär echter bär pädobär alle schreien das brennt im abgang ey ja das prickelt ordentlich an der fußsohlen ist das schon mies na komm schon haben wirs ist das ding jetzt kaputt kaputt so wir müssen für echt geheime geheimnisse da hinten rüber secret secret list seht ihr die insel dahinten willst du so einfach nicht rüberkommen ich will nochmal zurückkommen stimmt marv ist der einzige der es wahrscheinlich überleben würde wieso kommen wir da nicht zu dritt rüber weil wir zu wenig hp haben noch glaube ich um da rüber zu kommen das weißt du gar nicht das sei denn wir fangen von da hinten an hier ist noch da ist näher dran wenn wir links ein bisschen noch hingehen sicher ja natürlich flüster vielleicht kommen wir dann eher an rumbling shore oh hier waffenkissen hier äh munitionskissen ach ich träume immer von einer neuen waffe ey und da ist nur schrott hier nur schrott ja ne man denkt immer jetzt kommt eine waffe die noch vier level zu hoch ist damit es sich auch mal lohnt um safe aufzubewahren ja genau habt ihr den safe schon mal benutzt dann liegt nur schrott ja da lucat um zu hacken oder so Hilfe Hilfe er sagte geht hier hin wir haben hier mehr hp und in wirklichkeit werden wir getötet aber ehrlich ey aber der macht einen auf Toiletten-Tieftauere direkt unten in der Seuche ich komm hier nicht raus aus der Scheiße klingt tragisch irgendwie alter hier ist ein Fühler ein Fühler? was fühlt der denn? ja hier kommen immer mehr Fühler aim for the head unglaublich was machen die denn hier die die Fühlergemeinde scheint dir ich bräuchte jetzt wenigstens voller HP oder ein Shield ne das hab ich dir jetzt weggenommen aber HP das kann man doch so mit dem da aber das ist das ist das ist mit dem